Waski YouTube, mein Name ist Zama und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video ist Purple bei mir zu Besuch und wir machen Songs, für die Deutschland nicht ready ist. Let's go! Yo, Purple ist in 15 Minuten oder so beim Bahnhof, 5 nach, ich kann nicht rechnen. You stupid! Deswegen fahren wir da jetzt hin. Yo, ich steh grad an der Ampel, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist so wunderschönes Wetter. Wow, look who arrived! Wow, ich bin im Kar! Okay, wir fahren jetzt zu mir. Swag! Hübscher Junge Lila, arrived in der Zentrale. Ich bleib hier und ich trink heut noch ein Bier. Keine Zeit vor vier und du weißt, ich bleibe hier. Ja, alle! Lauter! Da geht noch mehr! Ey! Ich öffne Motset, krieg ne Message. Weiß, wie mein K*** leckt, ist sie die Beste. Sie ist ein Girl vom Dorf, sie bringt mein Entry heut noch. Aber weil sie auch vieles sagt, mal der ist sie immer noch ein Typ, der nicht in seinem Zimmer haut. Ich geb ein Trick auf dich, mache was ich will, what the fuck, auf dieser Beat. Er hat seinen Stund gerade fallen gelassen und du weißt, er, ich habe gerade alte Taschen. Das machen wir rein! Ja, ja. Oh, yeah. And the girls in the stars, I love you. Damn. We lit. Alter, wann haben wir den Song gemacht? Zwei Jahren. Zwei Jahren wirklich, glaube ich, ne? Ja. Anderthalb, zwei Jahre. Aber ich hab auch so oft an dem geworkt. Also der hat sich so krass verändert über die Zeit. Crazy, Liga. Aber jetzt der Crazy Maisy. Ja. Dann nachdem kommt Starlight Express. Ich finde das noch passend, weil das auch zu diesem Abheben noch passt. Schweben. Voll abgehoben. Aber der ist halt noch sehr unfertig. Das ist der Beat. Das ist kein erster Part. Die Hofe mixe ich vielleicht noch ein bisschen krasser. Aber der zweite Part ist schon ein bisschen mixen. Dieser Sound. Ja, ich sag doch. Pass von Double Galaxy. Bam. Richtig, aber ein Mix kommt der noch mal schon krasser. Das ist auch so eine richtig fette Snare rein. Jee. Fette Snare. Richtig. Bei dem. Ich will auf jeden Fall. Weißt du wie Snare ist ja so. Ich brauch so richtig so. 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 Weißt du so. Ja. 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 Und die Hyatt ist. Aber die Hyatt kommt dann immer noch dazwischen. Dann ist es so. Weißt du so. Ja. Ja. Nochmal. Ja. Das wird auf jeden Fall ein Single. Schweben und Phantoms sind. Phantoms ist auch ein Babasch Single da. Ja. Der wird krass. Da hab ich auch schon geile Videoideen. Da hab ich auch schon mit einem Sound gemacht und zwei Einsrimentige zuvor eingeschoben hatte. Eingekommen ist gerade. Ey, was? Dann bin ich gleich auch in 2. Part. Boah nee, genau so ist der glaube ich, gell. Glaub ich schon. Könnte man das nicht machen, aber... Imagine, die Hook dann so mit ganz viel Reverb, Bitcrush und so am Ende ohne Drums. Ja, sowas würde den Song füllen, jetzt ist das nur ne geile Single. Man könnte Single und Album Version machen. Single Version so und Album Version 2. Part. Ey, das hab ich noch nie ausprobiert, das klingt geil. Und dann mit der Hook ohne Drums am Ende. Das klingt sehr geil. Vor allem, ich übertreibe gerne in der letzten Hook. Und bei der Album Version ist das noch mal geil. In der letzten Hook, warte, ist das noch mal richtig... Ja, Lipsticker. Lass machen. Kannst du schon mal sagen, wie du die findest? Boah, der Beat ist cool. Fand ich halt auch, deswegen würde ich den eigentlich auch... Die kann man noch viel geiler, Purple Galaxy-mäßig machen. Naja. Bisschen Basics, oder? Gibt mir keine Running oder gib mir Zeit. Habt ihr wie... Ich weiß nicht, dass Hey, Purple solche Lines brengt. Achso. Ich muss nämlich kurz auf die Leine einschweren. Gibt mir keine Running oder gib mir Zeit. Habt ihr wie so, denn ob er schlicht dabei. Schneid wieder Effekte auf die Spinnerei. Und das Sound sieht gleich ein Schimmelreich. Gibt mir keine Running oder gib mir Zeit. Habt ihr wie so, denn ob er schlicht dabei. Deutschland ist nicht ready für diesen Sound. Alle reden viel zu viel, ich mach's normal. Alle fragen mich, was machst du für mich grad? Ja, ich wurde auf die Fakes und ich gebe einen Fick. Ich spring gerade live on stage und ich gebe den Fick auf die Pizzerin ein. Ja, man, ich hätte keinen Style. Bruder, ich mach, was ich will und du weißt mir, ich bin in die Pizzer-Style. Bruder, ich komm, sag klar. Gib mir nen Fick auf dich, du weißt, ich bin bei der Start. Ich mache immer, was ich will, mach mich mobil. Ich trinke eine Cola und du weißt, ich möchte die Soda. Alle deine Homies wissen, Digga, ich habe die Mafioda. Wow, mein Gott. Deutschland ist nicht ready für diesen Sound. What? Digga, hast du so gemusst. Baby sagt, sie kennt keinen wie wir. Das wird krass. Hi Homies, wir haben gestern noch ein Chilligen mit ein paar Brays gemacht. Und jetzt ist ein neuer Tag. Ich war schon mal im Friseur. Und jetzt kommen meine neuen Boxen an. Ich habe neue Boxen bestellt, in ein paar Wochen auch ein Video dazu. Okay, wir haben gerade die neuen Boxen ausprobiert. Ich zeige euch die gleich noch mal. Wir machen jetzt das Ei de Purple mit Chili und Maggi. Habt ihr das schon mal gehört? 10 Rating. Habt ihr das schon mal gehört? Ich hab's gehört, ja. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist es der komplette Blödsinn. Nein, das ist geil. Das Ei ist jetzt in der Pfanne. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, dass es Arsch wird. Okay, Freunde. Es ist überdunkel geworden wegen der Magie. Ich mach jetzt den Taster. Regens Lichtfilmen auf irgendwo schnell, aber egal. Muss jetzt sein. Können wir machen? Schmeckt halt nach Kräutern, ne? Köstlich, schmücktlich. Oh mein Gott. Schaut euch diese Atzen an, Digga. Pah, gefährlich. Wenn du hier vorsitzt und auf denen so... Und es ballert einfach raus, ne? Es ist insane. Du spürst richtig die Luft und so... Die Wände wackeln. Ich muss einfach rauchen. So, und jetzt machen wir Pattern 2. Pappe, gib mir den Beat. Pappe, gib mir den Beat. Es ist die lila Galaxie. Sie chillt vor einem Keyboard. Lila Galaxie. Sie kauft sich viele V-Bucks. Sie ist Fortnite-süchtig. Und sieht aus wie ein Junkie. Ganz schön tüchtig. Er streichelt seinen Oberlippenbart. Weil der dumme Keck Ogerlippen hat. Ey. Auf der Kirche. Ich bin hier da und befürchte. Du bist nicht so wie ich und ich komm an. Immer auf der Glocke. Die Glocke hat jetzt aufgehört und du dabei meinen Traum zerstört. Tschüss. Ich hoffe es wurde ein bisschen zusammengestimmt von Tokio der Maschine. Ich hoffe es wurde ein bisschen zusammengestimmt von Tokio der Maschine. Ich hoffe so.